Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch die Quest an den Hof anzunehmen bei Valera Sanguinar in der Halle der Schatten, die Klassenhalle der Schurken. Hierbei muss ich mich mit Valera am Rabenhof treffen in Warsawa, nehme die Quest gleich mal an und dann darf ich mich zu ihr begeben. Leider gibt es irgendwie kein Portal oder so dahin, gehe hier nach draußen, da gibt es immer ein Leck. Ich laufe zu Quasos Landeplatz, schaue dann auf die Map, muss hier hin, also fliege ich nach Bradenbach. So, befinde mich hier im Landeanflug und schon gelandet, dann laufe ich mal los, zeige euch den gesamten Weg. Falls jemand Probleme hat. Hier sieht man auch schon das gelbe Fragezeichen. Und hier befindet sich die Valera Sanguinar. Ich zeige euch nochmal auf der Map, hier. Und hier sieht man die Koordinaten. Lass uns reden. Hoffe ich konnte euch helfen. Ciao. Check it out! Auf Wiedersehen. Nur cited exploited DJ fork.